Wir sind hier im Nahkampfer, wir müssen hier im Nahkampfer Ja, aber wenn ich in der Mitte stehe, dann reicht ein Shotguntyp links und einer rechts? Nur so? Ja, ich kann nur rüber, dann geh ich lieber rüber Ferber Ok, kommen mehr über links jetzt Alle herkommen, mal teilen! Boah, das war schön Aber danach kommst du Der Luscher ist schon mal down Wo ist denn der Heal hier eigentlich? Ich heal die ganze Zeit hier, wir sind alle kritisch Super, du bist klasse, du bist klasse Nee, ich bin scheiße, ich bin nicht Mercy gewöhnt Aber ich geb mehr Mühe Der Nice Hands Oben, Ferber oben drauf, hab mich runter gepullt Ähm, Ape hinter Lasst euch stabilisieren Haben wir? Hm Wow Ab McCree Luscher down Nice, dann lass die hinten sandwichen Ape down Da ist noch ein Roadhog im kleinen Fernsehraum Da ist noch ein Roadhog im kleinen Fernsehraum Nice Komm ruhig runter Craig Wenn's eng wird Genji down Okay wird nicht eng Ich denk eng ist gut, Ferber down Ich denk eng ist gut, Ferber down Oh, das ist gut Ich hab mal so stehen, Apo bitte Volty is ready von mir Manche Erster weg McCree down Der ist auch fast down Der Schwein ist down Der Genji hat einen AP Und wenn's jemand links steht Kann ich dich die ganze Zeit damage schließen Also ist nur Oben steht's gefährlich Musst du mir mal den Schild reloaden, oder? Das mit dem Schild war absichtlich übrigens Ja, sehr gut So, wir stellen nicht wieder ready an, krass Komm mal, die kommt eher durch den Raum Komm, Ferber down Ja, die kommen wahrscheinlich zu dritt Oder so durch den Raum Sind links irgendwie drei, vier Mann Da ist nur noch ein Raketen-Typ, der immer um die Ecke guckt Ja, den hol ich mehr Ich mach Schild Ich mach Schild Ja, ich hab Schild grad weggemacht Ich geh mal kurz um die Ecke gucken Geht mal pushen Reaper, go Und wieder zurück Zurück, 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 ja Oh, ich bin low Ey, ich hab ihn nicht low Nice Ganz einfach, komm zurück Alter Krasser Schock Boah, jetzt der Sechse vorne Die haben den Reinhard Noch bin ich nicht tot Ich zieh ulti Wir gehen über hinten Kenji Kenji ist hinten Ja Down Werden für sich alle eher in den Olimenbief gezogen Farrah ist gleich am Spot Farrah in der Luft Super low die Farrah Down Nice Nice, das geht mit die Abo Booyakascha Komm schon, geht das Auto da lang, komm schon, tu es Man tut ja nicht Ja Der Reinhard hat gerade geil das Schild weggemacht Ist sein Teamkollege draufgegangen dafür Dadurch McCree ultra low links Wir pushen jetzt gleich Seht euch ein bisschen zurück, spart Ultis Spart Ultis Spart Ultis, zieht euch zurück Und die Tracel Der Lucius super low Nein Scheißdreck der dritte stunde abgeschlagen wenn die auch dauernd sauber schönes ding ja sozusagen das lief doch mal recht spektakulär eigentlich eventlos wir haben nichts gegriffen aber so sollte mal sein der höchste ins 0 m vergesst was auch ein konzentration konzentration da flog was ja ich hab's bekommen keiner schützt mich hier aufhört direkt drauf wir sind alle einander was erst mal abchecken was geht los ich muss die türme aufhören ja wie Tarets wenn ich ihn schon Daniel hintert ich hab jemand anderem ne der war voll Du bist besser down Du hast doch die simmierter Mach das Turret down Hinter uns kommt Dingerns Müsst euch schon umdrehen wenn Viva Minute hinter uns ist Ab dem Turret down Nee Aber gleich What? Wie? Du kannst? Also Was ist denn das für Turret? Ich hab grad mit meinen Raketen drauf geballert Ich bin ganz feuer Kann ich auf den Spot direkt chargen? Ja Nein! Rätzt mich! Geht nicht, hab noch nichts Jetzt Danke Ich glaub mein Headset macht die Gurke alter Es knistert die ganze Zeit in meinen Kopfhörern Hier ist wieder da Von uns Ah ah Tut es Ich würd sagen das war mal ganz böse übergefahren Okay der Angriff Warte jetzt gibt's ein sechzehntel Level Der Angriff war richtig behindert Die Death war geil Nee ich glaub das gibt jetzt relativ viel Gibt's ein sechzehntel Level Also wir haben vorhin immer relativ viel Leben Äh relativ viel XP verloren War das Death oder Angriff? Death Angriff ne? Das ist Angriff Das war Angriff ja Das war auch ein Triple Mit euch als sechser Team kann ich auch öfter den Heal übernehmen Das macht ausnahmsweise mal Spaß In Random Teams das ist doch mal so undankbar Warum machst du das auch? Ich würd nie in Random Heals Danke übrigens für die Ja deswegen In Random Mach ich's ja In Random Teams mach ich's ja deswegen auch nicht Obwohl hier ja eigentlich ganz schön ist Deswegen spiel ich ja nur offensive Mir geht das eh nicht mit Tank Also hier Mach ich auch ganz in Ausnahmefällen in Random Teams Und dann denk ich mir so Wow ein halbes Level Alter ein Drittel Ja ich hab auch ein Drittel bekommen Warum sagen alle ne? Die haben ein halbes Level Weil ich ein halbes bekommen hab Soll ich lügen?